Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 16 Torwart Karriere. Ich bin's Jan und ja, gegen Bielefeld der 30. Spieltag. Wir sind nur auf Platz 10 durch die Niederlage in der letzten Folge und spielen gegen Bielefeld. Bielefeld ist auf Platz 14. Das bedeutet, ja, wie sieht es mit unseren Toren aus? Tore 24 und reingelassen 20. Da sind wir immer noch deutlich die beste Abwehr. Und 24, wir sind nicht mehr der schlechteste Sturm. St. Pauli hat 23 Tore nur geschossen. Gibt es noch irgendwen, der hier, naja, 25 Tore. Wir sind aber immer noch ganz mies mit dabei. Aber in der letzten Spiel war es ja immer top. 1, 2, 3 Tore. Also, deswegen gegen Bielefeld. Auch wenn wir jetzt gegen, äh, ja, gegen Duisburg 2-1 verloren haben. Zwei Fehler gemacht. Deswegen, ja, einfach mit Kopf nach oben. Ja, ich habe gerade Mousse au Chocolat gegessen. Das ist keine Störkung. Zwischendurch noch vom Weihnachtsfest. Und deswegen, denke ich mal, mit Mousse au Chocolat im Magen kann man doch ein schönes Spiel, vor allem gegen Bielefeld, gewinnen. Nichts böse gemeint. Ich weiß, ein paar Bielefeld-Fans sind bestimmt auch mit unter uns. Deswegen, ja, naja, DSC vor allem. Ach, ich mag so ein Stadion irgendwie so, die wirklich Zweitliga-Niveau haben. Die wirklich so aussehen, als könnten sie da gespielt werden. Obwohl das hier vielleicht doch von der Größe eher in die Erste Liga passt, weiß ich nicht. Äh, doch, könnte es sein. Ich meine, das Odromo von uns, äh, wo wir hier drin spielen, ist natürlich diese überdemensioniert. Ich finde es einfach, aber von der Kulisse, trotzdem ein tolles Stadion. Ähm, auch wenn es halt, wirklich, es ist ja kein Fußballstadion, das Odromo. Ähm, weil es halt diese Bahn drumherum hat. Solche Stadien sind wirklich noch stimmiger, weil die Tribünen sind wirklich am Rasen, an der Rasenkante. Das ist wirklich, äh, pures Fußballstadion mit dem Feeling, was ist übertrieben geil. Ähm, das hat das natürlich nicht. Deswegen, da sind die Tribünen weiter weg. Das ist ein bisschen, ja, nicht ganz so cool, aber... Ja, okay, das wird nicht so. Aber trotzdem neblig. Ich weiß nicht, dass es halt bei 416 Nebel gibt. Das ist das Coolste. Von der Optik geht's, so es geht. Ich fände es auch nicht schade, wenn es nicht da wäre. Was ich auf jeden Fall cool fänden würde, wenn es wirklich mal so dynamisches Wetter geben würde. Es fängt einfach so in der zweiten Halbzeit oder so an zu regnen. Oder es hört auf, so irgendwann zu regnen. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie so, das fände ich mal schön. Nicht nur irgendwie so ein Wetter, dass es irgendwie ne bisschen veraltet wird, meiner Meinung nach auch, ja. Also da geht eigentlich schon deutlich mehr. Die Kamera, diese Ballverfolgungskamera, die zieht auch manchmal nicht richtig mit. Das mag ich nicht. Aber was soll man machen? Ja, schön. Wiese Felder geben dem Rauchsteiger nicht allzu viel Raum. Wenn wir nicht zum Abspielen allzu viel Raum. Die Wechselbank ist aber ziemlich leer. Ach, da machen sich schon welche warm. Okay, hab nichts gesagt. Was ich auch vor allen Dingen richtig cool finde, wenn man alles so auf den Gästeblock drauf gucken kann. In dem Fall halt unsere Fans. Was halt ein bisschen schade ist, dass man halt hinter uns sozusagen, in dem Fall halt sind da die Heimfans untergebracht, dass man die nicht so stark sehen kann. Das ist ein bisschen schade. Ich würde gerne auch was mitbekommen. Aber ist natürlich schwer, so das zu machen. Ich wüsste auch selber nicht, wie das aussehen sollte. Aber in echt ist es natürlich auch so für den Torhüter, dass wenn man die gegnerischen Fans sozusagen im Rücken hat, dass es auch für den Torhüter ein bisschen unangenehm werden kann und laut. Was war das? Und das kommt hier halt gar nicht rüber. Ich fände es cool, wenn das so mal rüberkommen würde. Ich fände es auch eigentlich mal so cool, auch wenn ich mir das sehr kompliziert und anstrengend und komisch wäre. Aber so eine Ego-Perspektive in dem Game wäre schon cool. Aber würde halt eigentlich gar nichts dazu passen. Ich weiß nicht. Sollte man eigentlich lieber in echtes Spiel, äh, in echtes Spiel, in echtes Spiel. In echtes Spiels Beispiel. Ja, naja, das Torhüter, diese hohe Perspektive ist einfach, finde ich eigentlich gar nicht so gut. Also ich kann auf jeden Fall, wenn Flanken geschlagen werden, das relativ schwer einschätzen. Den haben wir. Kein Eckball hier riskieren. Und weiter Abwurf. So sehe ich das gerne. Und am besten, ja, ich habe es ja schön damit schnell gemacht. Die Spieler setzen das nicht so perfekt um. Haben sie es schon besser gemacht. Ja, ja, oh ja, doch. Vielleicht jetzt mal. Oh, ich habe ihn halt schließen lassen. Er hat sich noch abgedreht. Was ein Vollfassen. So, jetzt Schlackenflanke und... So nicht. So nicht. Nächste Folge können wir unbedingt am Anfang nochmal gucken, wie es jetzt aussieht auf der Torhüter-Bestenliste sozusagen, dieser Liga. Oh! Und da war wieder der Strahl. Der Strahl war wieder wie im letzten Spiel. Bei einem 1-0 war er wieder mit dabei. Diesmal war der Strahl mit Schönfeld dabei. Er hat einfach die Macht. Also, nicht mehr nochmal dieses schnelle Schuss. Also, ich meine, der Zeckschuss ist so drin. Kann man nicht sagen. 0 zu 1, kurz vor der Halbzeit. Steuerspielstand, muss ich sagen. 1 zu 0. Damit könnte ich leben. Vielleicht, wenn wir bei Barcelona sind oder so, sehen wir mal ein paar Akteure zaubern. Ja, wenn wir irgendwie so in Lionel Messi oder so ein paar Tricks zugucken, wäre ja auch nicht schlecht. Aber natürlich, in einer höheren Liga haben wir dann auch mal ja, einfach noch bessere Gegner, wenn wir zum Beispiel auch gegen Messi mal spielen müssen. Deswegen fände ich auch die Nationalmannschaft so mega interessant, einfach in der Nationalmannschaft so zu spielen. Das deutsche Trikot zu tragen. Aber ich denke mal, das wird erst in der neuen Saison, was und auch noch nicht im Sommer. Dafür müssen wir jetzt echt diese 9,0 Durchschnittsbewertung halten. Damit wir das schaffen. Jetzt bin ich mal jetzt bin ich mal interessiert, genau. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die Gastgeber sich hier jetzt in der zweiten Halbzeit schlagen. Zurückliegen müssen wir ja mal was machen. Wir haben ja ein paar Bälle in Richtung unserer Tor in der ersten Halbzeit gespielt. Die konnten aber eigentlich alle vorher schon abgefangen werden. Auch ein paar von mir abgefangen. So, was richtig ist. Aufs Tor ist glaube ich erst ein Ball gekommen oder so. Den haben wir aber auch parieren können. Also, es steht zu Null. So, oh ja, schön. Nach vorne. Das sah nicht so schön aus. Oh ja. Ich werde die machen keinen großen Zug zum Tor. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bin ich irgendwie behindert? rausgerannt. Weil ich den Pass abfangen wollte. Oh mein Gott. Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße. Das ist es, weil wir die Fehleranfälligkeit runtergedreht hätten. Haben, 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 haben. Oh mein Gott. Meine Worte sind nicht mehr normal. Dadurch ist er überhaupt da in die Richtung gekommen. Das war mit Sicherheit auch nicht so gewollt. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich denke, die wenigsten oder gar keiner von euch hat auch damit gerechnet. Ich meine, von da, wo er stand, kein normaler Mensch hätte den aus Thor bringen können. Normal. So, dass er das will. Wir müssen einfach uns auf unnormale Bälle jetzt einstellen, dadurch, dass wir das umgestellt haben. Oh, Mann. Scheiße. Ja, naja, ich habe absichtlich ja, ich habe mich auf das kurze Eck halt gar nicht geachtet, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass er halt drauf schießen kann. Weil normalerweise hätte er ja gar nicht drauf schießen können. normalerweise ist da halt immer die Reingabe und die Reingabe wollte ich abfangen. Tja, so haben wir wieder einen unentschieden, wieder ein Tor bekommen, wieder kein Spiel zu Null. Tja, naja, wir wollten ja wissen, wie sie reagieren und sie reagieren anscheinend so und wir müssen jetzt natürlich auch uns anpassen an die Spielweise, dass sie halt so eine Schüssel machen können, dass sie einfach der Winkel gar nicht juckt. Der Ball kommt halt aufs Tor. Normalerweise treffen die halt aus dem Winkel da gar nicht das Tor. Vor allem so wie der Stand, ja. Oh, naja, schön, schön. Die Nummer 10 an Demi muss es gewesen sein. Naja, wir führen. Das ist das Wichtigste. Äh, nein, das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist natürlich eigentlich, dass wir... Ne, Mirko Bohland natürlich, die Nummer 10 Mirko Bohland bin ich... Oh, Junge. Was ist denn hier los? Okay. Dann muss ich im Winterschlaf wieder aufwachen und weil vernünftig hier aussehen. Was ist da los? Packt er schon wieder nicht mehr. Wenn es mal öfter so eine Schütze geben würde. Sowas ist ja... Ja, es sieht schön aus, es zu parieren und hat was zu tun. Und sowas ist einfach was Vorhersehbares. Also Vorhersehbares ist wichtig für den Vorhüter und wir haben einfach in den letzten Spielen immer sowas bekommen, was halt aus unmittelbar kurz, Millisekunden äh, davor sind halt Fehler passiert von Spielern, von anderen Spielen, nicht von... Wir sind also hier unser erstes Gegentor in diesem Spiel war natürlich zwar unser Fehler, der da vorausgeschaltet ist, der zum Gegentor geführt hat, nicht schlecht. Ähm, aber... Ja. Wie gesagt, damit kann ja keiner rechnen. Bei den letzten Spielen war es ja so, dass halt die Verteidiger da gefällt haben, in ein paar Sekunden nur, bevor dann ich gefällt habe. sozusagen dadurch, dass ich halt den Ball nicht marieren konnte. Ja, 1 zu 3, ich denke mal, die drei Punkte sind auf jeden Fall im Sack. Jetzt können wir nur noch unsere Bewertung aufbessern. Und vor allen Dingen Tore pro Parade, also Tore Parade pro Schuss pro Tor, Tor, Parade, Dings, Quote, Dings, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Okay, oh, deren Torhüter ist mit draußen. Ja, habe ich gesehen, dass er rüber geht. Es gibt Abstoß. Deren Torhüter ist schon wieder hinten, deswegen so schnell müssen wir ihn nicht machen. Okay, ich habe zwar komplett weiter rüber gezogen, egal, er ist angekommen, zwar nicht da, wo er hingehen sollte, aber, naja, Hauptsache angekommen. Was machen die denn da? Ich fordere mal den Ball. Boah, Junge. Also wirklich, es interessiert mich in der nächsten Folge einfach zu sehen, wo wir stehen. Ich meine, wir haben jetzt die letzten drei Spieler nicht mehr zu null gespielt, hatten drei Spiele Vorsprung. Das interessiert mich einfach wirklich sehr. wo wir jetzt einfach stehen. Wow, das sind ja tolle Highlights. Ich bedanke mich auf jeden Fall für das Zusehen und wir müssen uns weiter mehr anstrengen. Die Hinrunde bis jetzt so top gespielt und jetzt ganz am Ende der Rückrunde so top gespielt und jetzt am Ende der Rückrunde doch mal ein bisschen am schwächeln. Ich hoffe, ich bin einfach zu fett geworden über die Weihnachtszeit. Die Reaktion ist nicht mehr da. Nee, also die nächsten Spiele, ich hoffe einfach, das wird noch wieder besser. Rückrunde als der Schluss, die Schlusszeit der Rückrunde ist noch nicht die Top-Sache. Zwei Siege, naja, zwei Siege an der Niederlage nicht schlecht oder so, aber trotzdem. Luft noch hoch, ja, deswegen, haut rein, ciao.